tisch in suche ja ja aber gut damit kannst du torpedos aufmachen aber ja 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 ich kann 3,48 schiffserfassung und 2,52 das heißt ich mache 2,52 die torpedos eher aus minus 2,52 mache ich sie eher aus ich habe hier schon postet zettel neben dem bildschirm stehen mit den erkennungsreichweiten meiner unterschiedlichen schiffe weil ich dir sagen wie einfacher du das machen kannst drück mal steuerung und gehe mit dem auszeiger unten links auf dein schiff das ist neu oder aber nur zum tipp da brauchst du dir das nicht ausschreiben die ganzen reichweiten erkennungsweiten aber das hast du doch drückst rein und guck schnell steuerung steuerung mit dem mauszeiger links auf die aus deinem schiff symbol gehen das lebenspunkte das heißt du kannst es auch einfacher haben du kannst mal haarlange einfach herr gerüttelassen hahaha ok ich nehme klickscheißen 300 tropft das funktioniert auch sehr gut ja danke ja das wird vom vater von sohn weiter fern der generation habe ich das so mein Mann muss nicht wieder nüge ich ja ich habe was im nebel getroffen die bänden ich habe was im nebel getroffen Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020